hallo und willkommen zur vierten folge von faktorio ich habe offscreen auch mal ein bisschen hier vorbereitet schon mal dass wir auch dann direkt hier weiter nutzen können wir kümmern uns erst mal ein bisschen um die forschung wir reißen das gut das reißen wenn ich habe will ich nicht nein natürlich nicht nicht ist jetzt aber das erst mal so machen wir haben wir mal ohne bereiten wir das bevor wir kommen zahnräder hin wenn wir uns nämlich erst mal direkt um die forschung kümmern dass das ein bisschen schneller dann hier geht dann kommen hier die roten hin eben hier passt auch nicht das schon mal da rein dass das wenn das erst mal produzieren glaube ich schneller flaschen dann können wir auch hier schon mal das licht erforschen die mauern dann könnte man eigentlich auch schon mal noch ein paar forschungs labore märchen flastern euch für 1 1 1 für doch das immer gut was wollten wir genau wir wollten uns um kupfer kümmern dass das automatisiert wird richtig ein platz machen hier immer noch ein paar mehr machen wir auch mal So lassen. Dann ein Stück. Ich nehme das da ab. Kann ich nehmen? Oh, 99 Stück. Das ging ja jetzt richtig. 2 Eisenplatten brauchen wir dafür. Draftings? Nein, dann brauchen wir. Und dann können wir das auch nicht mehr so sagen. Ich nehme das an. 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 Pumse. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir mehr davon. Giddo. Wunderbar ist der Crafting-Squeak. erst mal so Vielen Dank. Load. Load. Vielen Dank. Vielen Dank. Und davon noch ein paar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, weiter geht's. Genau, ich hatte doch hier die... ...mach... 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 ...mach...